Ein Tor, ein sehr wichtiger Ort, wo Transaktion passiert, Übergabe. Mit anderen Worten ist ein Tor auch ein Ort, wo Entscheidungen getroffen werden. Ein Tor ist auch ein Ort, wo eine Grenze steht. Wie in gewissen Städten, da gibt es Tore, bevor du effektiv in die Stadt reinkommst. Also ist ein Tor auch eine Art Grenze. Ein Tor ist auch ein Ort, wo mit geistlicher Überweisung passiert. Geistliche Weitergabe oder physische Transaktion. Also da gibt es viele Transaktionen an den Toren. Und die Bibel sagt, in 1. Mose 22, Vers 17, Da heißt es, in Segen werde ich dich segnen. Und ich werde deine Nachkommen vermehren. Wie die Sterne am Himmel. Und als der Sand, die am Meeresufer ist. Und deine Nachkommen werden die Tore ihrer Feinde besitzen. Das sagt uns, dass auch die Feinde Tore haben. So in Genesis chapter 28, Im 1. Mose 28, Wir sahen wir das Tor, von dem Jakob sprach. Er nannte es das Himmelstor. Oder die Pforte des Himmels. Im geistlichen Raum, derjenige, der das Tor besitzt, hat Kontrolle übers Gebiet. Weil die Tore haben all diese Dinge, die ich euch gesagt habe, haben die Ehre. Zum Beispiel ist es ein Ort der Übergabe. Und es setzt Grenzen, ein Tor. Und ein Tor ist auch der Ort, wo geistliche Entscheidungen gefällt werden. Now, for example, a place of transaction, Proverbs chapter 31, Vers 23. Sprüche 31, Vers 23, da geht es um die Übergabe. Proverbs 31, Vers 23. Sprüche 31, Vers 23. The Bible says, Her husband is known in the gates. Heißt es, Ihr Ehemann ist bekannt an den Toren. When he sits among the elders of the land. Wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. You know, this is from the virtuous woman, Proverbs 31. Da geht es um die vorbildliche Frau in den Sprüchen. 31. So, in other words, In other words, The husband sits at the gate, means that there is some activities that is going on at the gate. Mit anderen Worten, Heißt es, Wenn der Mann am Tor sitzt, dass da gewisse Aktivität stattfindet am Tor. But also, The gate is a place of an altar. Ein Tor ist aber auch ein Ort, wo ein Altar steht. So, when we go back to Genesis 28. Wenn wir zurück zum 1. Mose 28 gehen. Genesis 28, that we read before. 1. Mose 28, das haben wir soeben gelesen. Then you will notice, Dann werdet ihr sehen, That verse, Starting from verse 18. Von Vers 18 an. Genesis 28, verse 18. 1. Mose 28, Vers 18. He said, Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar and pour oil on top of it. That's an altar. 1. Mose 28, 18. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Das heißt, Es ist ein Altar. So this place that Jakob called the gate of heaven Dieser Ort, den Jakob die Pforte des Himmels nannte, is also a place that he built an altar. Is auch ein Ort, wo er einen Altar gebaut hat. You see, that was the first church. Das war die erste Kirche. That was the first church. Die erste Kirche. That was ever built. If you read that whole scripture, Wenn du mal diese ganze Stelle liest, you will see that Jakob said, da wirst du sehen, Jakob hat da gesagt, he made a vow with God. Er hat da ein Gelübde abgelegt vor Gott. And he said, if God will bless him, he will come back to the same place, to the same altar. And he will offer to God a sacrifice. And he will worship God. And he will give God his tents, his tides. You understand that? Versteht ihr das? And these things are all the things that happen on the altar. Amen. We just came out from the week of the altar. Where we were teaching powerfully about the altar. Da haben wir mächtig über den altar gelehrt. But I want you to know, and I want you to know, that anywhere, where the present of God is, is an altar. More especially when you have to go back to the same spot over and over and over and over. Somebody say amen. So, a gate can be an altar. But the point here is, there is godly altar. And there is ungodly altar. Just like we read before. There is a gate of the enemy. And there is a gate of God. Are you following? There is a gate of the enemy. There is a gate of God. So when God really bless you, like he blessed Abraham, Abraham possessed the gate of his enemy. And that is what God wants. In 2019 and beyond, God wants everyone of us to possess the gate. We should, you know, some of the people are not even able to possess the gate of their own life. It is a sign of their own life. But God wants you actually to possess not only your own life gate, but also to possess the gate of the enemy. God wants that's a sign that you are the seed of Abraham. Somebody say Amen. It's a sign that you are the descendant of Abraham. That is a sign that you are a sign of Abraham's So godly altar What is a godly altar? Godly altar bring down God's power Amen. Godly altar do what? Brings down God's power bring in the power and control the place where we are. So now watch this the more we lift up altar of God in Switzerland the more the presence of God controls Switzerland the more we lift up the altar of God in our family the more the presence of God controls our family somebody say Amen so we need to know how do we lift up this godly altar how do we lift up this godly altar hallelujah Jacob gave us a glimpse the Bible says when he woke up he took the stone that he lay his head upon and he poured oil consecration he prayed he prayed he prayed he declared and declared that this place is a place where I will come and worship God and whenever I come here I will feel the presence of God whenever I come here the presence of God is mighty here somebody say Amen so now but please always follow carefully what I'm saying the same way somebody say the same way that there is godly altar is the same way there is also satanic altar now what is satanic altar was is a satanic altar the same thing genau dasselbe wherever wo immer we offer sacrifice wo immer auf einem altar Opfer dargebracht werden für Satan dann wird die Gegenwart Satans zunehmen merkt euch die zwei Göttlichkeiten sind geistliche Wesen halleluja halleluja and satan we have satan without number wir haben den satan der keine Nummer hat he is not omnipresent der ist nicht omnipräsent he is not all powerful he is not all gegenwärtig nicht allmächtig he copy whatever he sees God do er macht alles nach was er sieht dass Gott es tut because in the realms of the spirit im geistlichen raum he have been with God war er ja bei Gott and so he knows all the principles that God uses walk in either way he knows it and so what he does is that he copy the principle and he use it for destruction are you following me? so watch this anywhere there is an altar and you want to bring down the power of God and you die Kraft Gottes runterbringen möchtest what do you do? what do you do? you keep creating awareness and keep lifting up God and keep sacrificing to God and keep calling upon the name of God you bringst Opfer da du rufst den Namen Gottes an du erregst Aufmerksamkeit damit die Gegenwart Gottes runterkommen kann amen so if you want to bring down Satan wenn du möchtest dass die Gegenwart Satan you use similar you use similar things machst du das ganz ähnlich moreover the greater sacrifice die größeren Opfer is performed on the altar of evil people because they believe go ahead Fakt ist dass größere Opfer auf den böshaften Altären dargebracht werden weil die Leute daran glauben because they believe that if they want more power that if they want more power from the realms of darkness from the realms of darkness and they want to gain more territory that they have to offer more sacrifice more land gewinnen wollen dann müssen sie mehr Opfer bringen and they also believe sie glauben auch daran dass das höchste Opfer ein Opfer ein Menschenopfer ist woher wissen sie das sie haben es an Jesus gesehen sie haben gesehen dass als Jesus als Opfer dargebracht wurde hat es so viele Leute zu Gott gebracht und das hat so viel Mächtiges bewährt was sie nun also machen is that when they want to acquire more power in the satanic world in the satanic world they go to the highest level of sacrifice gehen sie auf die höchste Ebene an Opfern and what is the highest level of sacrifice und was ist die höchste Ebene an Opfern what is the highest level of sacrifice was war nochmal die höchste Ebene an Opfern human sacrifice Menschenopfer are you following and now watch what's this nun schau what's this this is why a country darum that does not worship God is it so dass ein Land das Gott nicht anbetet face a lot of tragedy warum diese Länder so viel Tragödien erleiden von satanic alter von satanic alter weil wenn du nicht auf der Seite des Herrn bist bist du auf der Seite bist du auf der Seite des Teufels und wenn du auf der Seite des Teufels stehst wann immer es ihnen passt können sie dein Leben nehmen sie können dich als Opfer brauchen und darum in einem Land wo Gott nicht angebetet wird darum erleiden die Leute ernstliche Depressionen die Leute leiden unter allen Arten an Krankheiten die Leute erleiden so viele Unfälle die Leute erleiden ein Selbstmord das alles wird manipuliert oder geordnet oder sortiert oder angeordnet von den satanischen Altären jedes Mal wenn sie ein Opfer auf ihrem Altar bringen wollen plötzlich stirbt jemand plötzlich ist jemand verrückt geworden plötzlich ist jemand etwas passiert diese satanischen Altäre die bringen Satan ein Eingangstor für Satan das er und manifest in ein gewisses Land regieren und kontrollieren kann oder eine bestimmte Umgebung durch das Leben der Leute da die zu ihm gehören eines der Zeichen dass es zu viele gottlose Altäre in einer Nation gibt ein Zeichen dafür ist als erstes dass Verwirrung zunimmt im Land ich sage euch das damit ihr als Christen in eurem Geist zornig werden könnt und gegen diese Dinge anbetet weil das sind geistliche Dinge und wenn du die mal verstehst fängst du an zu beten du fängst an die notwendigen Schritte zu unternehmen you will see dass die gottlosen Altäre abnehmen werden in einem Land und dann wirst du auch sehen wie einige dieser Zeichen die ich bald nennen werde die werden automatisch auch abnehmen weil jedes Mal ungodlich Altäre ist cast out of a nation Gott take over und wenn Gott übernimmt Krankheit verschwindet Krankheit all das verschwindet ich will mir nicht selbst vorauseilen als erstes eines der Zeichen dafür dass es in einem Land zu viele gottlose Altäre gibt ist dass Verwirrung da ist und die Verwirrung besteht darin dass die Leute anfangen Schlechtes gut zu nennen und das Gute nennen sie schlecht als erstes als zweites wird Verwirrung da sein dass die Leute nicht mehr wissen wie sie ihre Kinder erzielen wollen sie werden die einfach machen lassen wie es ihnen passt es gibt keine Ordnung mehr keine Richtungsweise keine Korrektion keine Korrektur jeder macht was er will Verwirrung ist auch da wo Väter anfangen mit ihren Töchtern zu schlafen und all das was da noch dazugehört das nennt man dann die absolute Verwirrung die Wurzel davon sind satanische Altäre es gibt nämlich satanische Altäre in der Nachbarschaft und die sprechen in die Gedanken dieser Leute dass sie übel tun dass sie Falsches tun und so kommt es dass Eltern ihre Kinder sexuell missbrauchen und nicht mal etwas Falsches dabei sehen weil sie eine falsche Stimme hören das ist der satanische Altar der ihnen sagt das was sie tun ist in Ordnung das ist Verwirrung auf höchster Ebene Verwirrung ist wenn ein Mann plötzlich das Gefühl hat ich möchte lieber eine Frau sein wenn sie anfangen sich so zu denken oder sich etwas vorzuspielen und ein Mann plötzlich Brüste will und dann plötzlich fängt er an anders zu laufen und dann wollen sie ihre Stimme ändern und dann will ein Mann solche Wimpern haben das ist Verwirrung auf höchster Ebene und das ist wenn die the voice of satanic altar is speaking und dann plötzlich fühlst du dass der ursprüngliche Körper den Gott dir gegeben hat ist nicht dein ursprünglicher Körper ist du möchtest etwas anderes und dann wenn du ein Mann warst und eine Frau wärst nach einer bestimmten Zeit merkst du du magst dich nicht mehr und möchtest wie dein Mann werden Verwirrung eine Frau möchte ein Mann sein der Mann möchte eine Frau sein das ist Verwirrung auf höchster Ebene und was ist dafür verantwortlich das sind die satanischen alterne und wir als Christen wir die heilig geisterfüllten Christen wir dürfen nicht zuschauen wie diese Dinge weiter passieren wir müssen beten Gott hat uns Werkzeuge gegeben und diese Werkzeuge sind Fasten und Beten weil diese Art geht nicht weg außer durch Gebet und Fasten also müssen wir lernen zu Fasten wir müssen beten wir müssen lernen Gewalt zu ergreifen das ist der Punkt warum geht es Verwirrung ist wenn plötzlich du bei dir zu Hause bist und du fängst an eine Stimme zu hören spring von dem mehrstöckigen Gebäude und bring dich selbst um dieses Leben hat keine Bedeutung Verwirrung 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 ist wenn du anfängst Stimmen zu hören es kommt dein Zug wirf dich davor und du denkst nicht an deine Geliebten deren Herz du brechen wirst und du denkst nicht an die Leute die in dein Leben investiert haben manchmal sind es auch Leute die in einer Verantwortungsposition stehen die Kinder haben die eine Firma haben manchmal sind es sogar Leute die Gemeinden leiten das gibt es das passiert auch Pastoren das passiert allen wenn die gottlosen Altäre in einem Land zunehmen dann ist überall Verwirrung hör zu wir brechen heute Morgen den Geist der Verwirrung oh you didn't hear what I'm saying say my father sag mein Vater mein Vater wie ich jetzt bete lass jeden Geist der Verwirrung im Land in meiner Familie in meinem Gebiet raus 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 klatsch und erhebe deine Stimme ergreift die Herrschaft wir können das noch besser erhebt eure Stimme weil es liegt Kraft in deinem Gebet sag im Namen Jesu ich nehme zurück diese Tore die mir gehören wir nehmen zurück diese Tore im Namen Jesu wir nehmen zurück diese Tore des Feindes im Namen Jesu erhebt deine Stimme bete jetzt komm dagegen an gegen den Geist der Verwirrung hier im Land komm gegen den Geist der Verwirrung in der Schweiz komm gegen den Geist der Verwirrung in unseren Familien komm gegen den Geist der Verwirrung in unserem Leben in Jesus in Jesu mächtigem Namen haben wir gebetet Amen ihr mögt Platz nehmen so lehren wir eine solche Lehre diese Art Lehre geht mit Gebet einher und mit Aufzeigen wie wir beten können somebody say gebetet somebody say gebetet so number two number two sign das zweite Zeichen dieser gottlosen Altäre is bad dreams sind schlechte Träume bad dreams schlechte Träume now when there is an ungodly altar wo es gottlose Altäre gibt number one heißt das you will start seeing dead people in your dream dead people now the reason why that is happening is to bring you into the land of death is um dich ins Land des Todes zu bringen even though you are alive he wants to paralyze everything in your life he wants to paralyze everything in your life even though you are alive he wants to make sure that nothing works nothing is alive nothing is moving forward so you realize you start dreaming of dead people having fellowship with dead people and then also you start dreaming of monsters monsters scaring objects and then you also start seeing in your dream people pursuing you want to harm you want to kill you is a sign that there is ungodly altar around ungodly altar when you are living in a region where there are a lot of ungodly altars then these things start affecting you because don't forget we are fair spiritual beings we are every child of God is fair spirit that possesses a soul and lives in a body and lives in a body we are spirits possesses a soul and lives in a body and these spiritual activities that happen in the realms of the spirit we must know that first of all before anything manifests in the physical in your life it first of all starts in the spirit are you following me now so I said on Friday that it's amazing how Christians are so afraid of the spirit world and they are saying I want to experience miracles I want to experience miracles but they are so afraid of the spirit world but you are a spirit you need to get used to it and you need to learn it we read the scripture last Friday we have on Friday that if you want the things of the spirit you have to desire it that if you want the things of the spirit you have to desire it amen you have to do what desire it you must das verlangen so you cannot just say I'm a Christian I believe in God I believe in God God is a spirit God is Geist but then when we are trying to explain you how the spiritual things work you close up und dann wenn wir versuchen euch zu erklären wie die geistlichen Dinge funktionieren macht ihr zu ihr müsst gut so hören Ignoranz ist gefährlich als Christ wir können nicht Christ sein und gleichzeitig ignorant sein wir müssen wissen was passiert weil Christ sein ist nicht ein Verein Christ sein ist kein Verein Christ sein ist ein Ort voller geistlicher Aktivität das Christentum ist ein Ort voller geistlicher Aktivität das ist ein Ort voller geistlicher Aktivität das ist ein Ort von geistlicher Aktivität das ist nicht einfach eine Versammlung wo man sich mal ein bisschen gut fühlt ja Gott möchte dass es dir gut geht und du dich gut fühlst Gott liebt dich er möchte dass du glücklich bist er möchte dass du voller Freude bist aber noch viel mehr als das ist das Christentum ein Ort wo geistliche Aktivität stattfindet wenn du deine Tore einnehmen musst musst du diese Dinge verstehen wie das funktioniert so satanische Altäre greifen unsere Träume an greifen unsere Träume an weil wenn sie dich durch Träume schwächen können dann können sie dich physisch auch beeinträchtigen wie Jakob im 1. Mose 28 hat er im Geist gesiegt oder hat im Traum gesiegt und hat dann auch physisch gesiegt und darum ist eine Art wie wir prophetisch den Leuten dienen oder wie prophetisch den Leuten gedient wird ist durch Träume sag mal Amen jedes Mal wenn du siehst wie diese Dinge passieren musst du das deiner geistlichen Autorität deinem geistlichen Vater oder deinem Pastor erzählen oder berichten etwas weiteres wo satan spezialist ist darin wo ein böser Altar ist ein gottloser Altar die werden das Gesicht deines Pastors nehmen oder von jemandem wo sie wissen der kann dir helfen vielleicht dein Vater oder dein Pastor oder sonst jemand der dir sehr nahe steht die werden das Gesicht dieser Person nehmen und dann dich im Traum terrorisieren kommen und der Grund dafür ist dass sie Verwirrung und Unstimmigkeit in die Beziehung zwischen dir und dieser Person bringen wollen damit diese Person nicht dir diese Hilfe leisten kann die von Gott eigentlich dazu bestimmt worden war dass die Person dir so helfen würde diese gottlosen Altäre brauchen auch Träume um Flüche in dein Leben oder dein Leben allgemein von Christen hineinzubringen ein weiteres Zeichen der gottlosen Altäre in einer Region oder in einer Familie ist dass eine Zunahme passiert an sexuellen Fantasien auf gottlose Weise das ist auch dafür verantwortlich diese Altäre sind auch verantwortlich für sexuelle Unmoral sexuelle Fantasien gottlose sexuelle Unmoral und die können die Leute in welche Richtung auch immer leiten du denkst komisch plötzlich über Sex ich habe kürzlich im Internet gelesen wie jemand mit einer Kuh Sex hatte ein Mensch hatte Sex mit einer Kuh und er sagt jedes Mal wenn er eine Kuh sieht hat er eine sexuelle Lust das ist ein satanischer Altar ein satanischer Altar das ist nicht normal auch wenn das sehr extrem ist es passiert sehr viel was nicht normal ist und das nicht ausgesprochen wird und die Leute kämpfen damit ganz verschiedenes etwas weiteres wo es starke satanische Altäre gibt in einer Region gibt es den Götzen von Gold und Silber du wirst sehen wie die Leute anfangen Geld anzubeten sie fangen an Materielles anzubeten und sie merken es nicht mal zum Beispiel wenn du viel Sorgen über Finanzen hast bist du nah dran Geld anzubeten oder du machst es bereits hör kurz zu Finanzen sind dazu da dass wir sie kontrollieren und nicht dass die Finanzen uns kontrollieren jedes Mal du sorgst dich über Geld hier Geld da jedes Mal wenn du irgendwie Geld ausgeben sollst machst du dir Sorgen und du sprichst so viel über Geld am Ende redest du in deiner Ehe mehr über Geld als über Gott das heißt dass Geld zu deinem Gott geworden ist wir müssen uns als Christen da wirklich durchforschen weil wenn es so weit gekommen ist dass es dir ständig Sorgen bereitet ist das nicht Gott dann ist es ein satanischer Altar der da spricht und ich gehe folgendermaßen damit um als Kind Gottes jedes Mal wenn so etwas passiert musst du aufstehen müssen wir aufstehen und sagen es reicht und wir müssen sagen Gott ich bin dein Kind und ich bete dich an ich diene dir allein darum gebe ich auch dir all meine Sorgen hin und ich habe keine Lust mehr über Geld mir Sorgen zu machen ich weigere mich mir noch Sorgen über Geld zu machen die Bibel lehrt uns auch wir sollen unsere Lasten ihm hinbringen er muss der Mittelpunkt unseres Lebens bleiben er muss der Gott bleiben wisst ihr warum der Feind so viele Sorgen bringt über Finanzen das ist dazu da um deine Ablenkung um deine Aufmerksamkeit von Gott abzulenken um deine Aufmerksamkeit aufs Geld zu legen oder Gold oder Silber und das ist weswegen viele Christen heute wir möchten etwas betrachten wir möchten etwas betrachten wenn Gott dich um Geld bittet und du hast das nicht musst du dir denn darüber Sorgen machen musst du dir darüber Sorgen machen er weiß ja auch dass du es nicht hast oder warum machen sich die Christen immer solche Sorgen jedes Mal wenn Geld in der Gemeinde erwähnt wird das ist weil Geld ihr Gott geworden ist in der Bibel lesen wir die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels ich möchte etwas beten und ich hoffe dass Pastoren rund um die Welt auch zu schauen zu dem Zeitpunkt wo Pastoren aufhören über Geld zu sprechen in ihrer Gemeinde haben sie die Leute dem überlassen dass sie Geld anbeten sie haben die Leute dem übergeben dass sie Gott den Gott des Geldes anbeten inklusive dem Pastoren inklusive dem Pastoren aus der Bibel kommen wenn du weißt dass das was du ihnen sagst von Gott kommt warum machst du dir Sorgen ich weiß nicht ob ihr versteht was ich sagen will wenn du sagst Gott hat dir gesagt dass du den Leuten leben sollst über Finanzen über die Erstlingsfuld über den Zehntum dann musst du dir keine Sorgen machen weil du als Pastor dein Auftrag ist es das zu lehren ihr Auftrag ist es es zu verstehen und wenn sie das Geld haben geben sie es Gott wenn sie das Geld nicht haben Gott sei alle Ehre einige der Lehren die wir in der Gemeinde bekommen es gibt Lehren die uns täuschen wenn uns nicht die Wahrheit gesagt wird hört ihr was ich sage weil die Wahrheit ist dass Gott möchte dass wir ihn anbeten und nicht Geld wenn wir etwas haben und wir wissen nicht warum uns das gegeben wurde dann missbrauchen wir das und genau das ist in der Wüste passiert als die Kinder Israel aus Ägypten rausgingen hat Gott es bewirkt dass die Ägypter ihnen Gunst erwiesen haben also haben die Ägypter ihnen all ihr Gold und ihr Silber gegeben und sie nahmen es mit und gingen weil sie aber nicht wussten was sie damit anstellen sollten es war zu viel und als dann Mose auf den Berg stieg um da vor Gott zu sein 40 Tage lang war er da und hat gefastet und gebetet und sie sagten Mose verschwendet da Zeit dann haben sie ihr Gold und Silber ausgezogen und sich einen Gott ein goldenes Kalb daraus gemacht weil sie wussten nicht für was dass sie das hatten und viele Christen sind so der Grund warum Gott dir Geld gibt wisst ihr warum weißt du warum das so ist wenn du Christ bist abgesehen davon dass du dich um dich selbst sorgen kannst ist dazu da sein Reich voranzubringen um sein Reich voranzubringen darum hat er es uns gegeben damit unser Leben zum Zeugnis geht dass wenn Leute dich sehen dass sie sagen können wow dein Gott lebt Amen und so möchte ich euch ermutigen seht zu dass das nächste Mal wo du dir Sorgen um Geld machst weise diesen Geist zurück ergreif die Herrschaft und weise diesen Geist zurück und sag das ist nicht von Gott das ist vom satanischen Altar ein anderer Grund oder eine andere Art wie du erkennen kannst dass überall satanische Altäre sind satanische Altäre sind verantwortlich dafür den Menschen Krankheiten anzuwerfen denk mal drüber nach wie kann es sein dass Gott ein liebender Gott seinen Leuten Krankheit auferlegen will nein das ist nicht Gott Gott ist nicht so böse egal was du tust er ist nicht so böse außer du lehnst dich gegen ihn auf dann hast du die Konsequenzen der Sünde dann hast du die Konsequenzen der Sünde es ist nicht so dass Gott dir Krankheit geben will aber wenn es so viel gottlose Altäre gibt hat das Einfluss auf unsere Gesundheit und das wird dann etwas in der Atmosphäre und das hat Einfluss auf jeden da in der Umgebung und darum heißt es in der Bibel es ist wichtig dass wir diesen Geist überwinden durch Beten nicht nur für uns sondern auch für unsere Region für unsere Nation dass immer mehr Leute Gott anbeten werden weil je mehr Leute Gott anbeten umso mehr sterben die satanischen Altäre ganz automatisch automatisch je mehr Leute aufstehen um Gott anzubeten in Wahrheit und im Geist in einer Nation umso mehr sterben die satanischen Altäre ab und stehen nie wieder auf und darum müssen wir in diesem Jahr kämpfen und zum Altar Gottes kommen weil jedes Mal wo wir zum Altar Gottes kommen bevollmächtigen wir den Altar dass es überall göttlicher wird könnt ihr das verstehen because now watch this a nation where people don't go to church where people don't go to church it increases satanic altar that brings the satanischen Altäre dazu dass die zunehmen you know let me give you an example let me give you an example let me give you an example let's say now you said I will no more vote in Switzerland because I am mad weil ich wütend bin gegen die Regierung I don't like the government I don't like the authority ich mag die Regierung die Autorität mag ich nicht I will no more vote ich werde nicht mehr abstimmen and anytime they are voting I will not do anything now who is losing you or the government when you are not voting when you are not voting then the government that you don't like we continue to be there die Regierung die du nicht magst wird weiter da sein because your vote is not counting weil deine Stimme nicht zählt isn't that true isn't that true isn't that true and so if you don't like the government wenn du die Regierung nicht magst was du tun musst um diese Regierung zu überwinden ist dass du wählst und mehr Leute dazu bewegst auch zu wählen oder abzustimmen so that the government will leave damit dann die Verwirrung äh die Verwirrung die Regierung geht genau das machen die Christen genau das machen die Christen so viele Leute sind es müde a lot of people are attacked und so viele Leute sind krank und angegriffen then I sit at home and relax und ich sitze zu Hause und entspann dich weißt du was du tust you are empowering Satan to continue to reign du gibst dem Satan Macht dass er weiterhin regieren kann every day you sit at home jeden Tag wo du zu Hause rum sitzt it's minus you it's minus one person minus jemand and that's powerful und das ist mächtig because if one can chase a thousand weil wenn einer tausend verjagen kann und zwei zehntausend und du bist nicht gekommen we are missing ten thousand dann fehlen zehntausend ah yeah because we don't think we don't think that we are contributing to all these satanic altar in our nation wir sind uns nicht bewusst dass wir all diesen satanischen Altären in unserer Nation etwas beitragen jeder Christ muss Verantwortung wahrnehmen und unsere Verantwortung ist es ich suche mir eine gute Gemeinde wo gebetet wird wo der Name des Herrn angerufen wird und da werde ich hingehen und ich werde mit ihnen beten und wir werden diese satanischen Altäre aus der Schweiz rausjagen weil Gott auch heute noch Gebete beantwortet Halleluja so we have to take our responsibility wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen und etwas unternehmen wir sollten nicht dagegen arbeiten wir sollten dafür arbeiten schaut euch mal all das Übel an was ich euch gezeigt habe oder erklärt habe und das war noch nicht mal die Hälfte meiner ganzen Notiz ich habe einfach keine Zeit so denk mal drüber nach stell dir mal vor wenn wir die satanischen Altäre loswerden können loswerden wollen müssen wir aufstehen und sagen dieses Jahr werden wir den Altar Gottes mehr erheben wir werden mehr beten und wir werden den Namen des Herrn mehr anrufen wir werden mehr zusammen in die Gemeinde kommen und wir werden Gott noch mehr preisen und wir wollen mehr Leute sehen und wir wollen sehen wie eine Menge Gott nachfolgt und das wird die satanischen Altäre rausjagen wir werden unmoral in der Gemeinde töten wir werden Götzenanbetung aus der Gemeinde ausmerzen wir werden jegliche sexuelle Unmoral aus der Gemeinde verjagen weil Gott sich erheben wird und seine Feinde zerstreut werden Halleluja Klatsch für Jesus Halleluja steht auf ist jemand heute Morgen gesegnet worden ist heute Morgen jemand gesegnet worden erhebt eure Hände zum Himmel und ich möchte dass ihr anfangen zu beten und sagt Herr im 2019 will ich sehen wie jeder gottlose Altar aus meiner Familie verschwindet aus meiner Region verschwindet aus meiner Gemeinde verschwindet aus der Schweiz verschwindet erhebe deine Stimme und klatsche und bete dieses Gebet klatsche und bete dieses Gebet jeder gottlose Altar jeder gottlose Altar jeder gottlose Altar wir ergreifen die Autorität über jeden gottlosen Altar in der Schweiz wir befehlen dem raus wir befehlen dem raus wir befehlen dem raus im Namen Jesu 2019 wir werden in die Gemeinde gehen im 2019 werden wir den Namen des Herrn erheben 2019 werden wir erklären dass Jesus der Herr ist 2019 werden wir feiern unseren Herrn in Jesus in Jesus mächtigem Namen haben wir gebeten